Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Ich wünsche euch zunächst noch ein gutes neues Jahr, vor allem natürlich im Hinblick auf die Gesundheit und die Hoffnung, dass der Covid-Wahnsinn bald vorbei sein möge. Ich habe ein Video hereinbekommen, ein Gespräch zwischen Dr. Brad Scherr von Diet Doctor und Professor David Ludwig von der Harvard Medical School. Dr. Ludwig ist Kinderarzt und Ernährungswissenschaftler, er arbeitet als Professor an der Harvard Medical School und der Harvard School of Public Health. Seine internationale Anerkennung verdankt er seinen Veröffentlichungen zum Thema Fettleibigkeit und ihren Ursachen. Wir hören seit Jahrzehnten, dass alle Kalorien gleich sind, egal woher sie kommen. Kalorien rein, Kalorien raus ist das Mantra. Wenn du mehr isst, als dein Körper braucht, nimmst du zu. Wenn du weniger isst, nimmst du ab. Ignoriert wird dabei, dass die Nahrung unabhängig von den Kalorien unsere Hormone, den Stoffwechsel und sogar die Gene beeinflusst und dadurch einen großen Einfluss auf Dinge wie Fettleibigkeit und das Risiko, an Diabetes zu erkranken hat oder auch an Herzkrankheiten und sogar Krebs. Und dies völlig unabhängig von eventuellem Übergewicht. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren die deutschen und österreichischen Experten sich auf diesem Gebiet dem Einfluss der Hormone bewusst. Aber nach Kriegsende war dann auf einmal alles anders. Die USA rekrutierten mit der Operation Overcast ab 1945 deutsche Wissenschaftler und Techniker, um sich deren militärtechnisches Können und Wissen zu sichern. Am medizinischen Fachwissen hatten sie kein Interesse und so wurde das alte Wissen von der neuen amerikanischen Elite begraben und das Rad sozusagen neu erfunden. Die Menschheit hat in diesem Bereich also einen unglaublichen Rückschritt hingelegt, den wir bis heute nicht aufgeholt haben. Wer mehr über diese spannenden Zusammenhänge erfahren möchte, kann sich mit den Büchern und Videos von Gary Taubes, einem Wissenschaftsjournalisten, beschäftigen, der sich durch die wissenschaftlichen Schriften der letzten 100 Jahre gewühlt und Erstaunliches dabei herausgefunden hat. Es wird wahrscheinlich noch weitere 100 Jahre dauern, bis wir wieder auf dem Stand von 1930 sind. So viel zum Thema Fortschritt. Das war jetzt ein bisschen Hintergrundinformation. Dr. Ludwig hat eine Studie mit 21 übergewichtigen Teilnehmern durchgeführt. Sie wurden in Gruppen aufgeteilt und bekamen ihre Nahrung bestellt, um sicher zu sein, dass sie wirklich nur das essen, was sie essen sollen. Die Mahlzeiten der verschiedenen Gruppen enthielten unterschiedliche Anteile an Kohlenhydraten. Bei den Kalorien gab es keinen Unterschied. Das Ergebnis war, dass die Gruppe mit dem niedrigsten Kohlenhydratanteil in der Nahrung einen deutlich aktiveren Stoffwechsel im Ruhezustand hatte, als sie an den beiden Gruppen in Kalorien ausgedrückt würde. Das bedeuten, dass sie ca. 325 Kalorien pro Tag mehr verbrannten als die anderen Gruppen. Eine Kalorie ist demnach nicht einfach eine Kalorie und es ist auch nicht egal, woher die Kalorie kommt. Die Art der Nahrung beeinflusst in der Tat den Stoffwechsel. Studien dieser Art gibt es einige, aber keiner hat es bisher geschafft, die sogenannte Expertenmeinung zu beeinflussen, die ihrerseits von der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie beeinflusst wird. Und das sagt eigentlich schon alles. Die offiziellen Empfehlungen kleben genauso am Althergebrachten wie die Behandlungsmethoden in Krankenhäusern und Kliniken. Was uns gepredigt wird, ist Kalorien rein, gegenüber Kalorien raus, weniger essen, mehr bewegen. Wenn du dich mehr bewegst, kannst du essen, was du willst. Eine Kalorie ist eine Kalorie und der Körper geht mit allen Kalorien gleich um. Nö, tut er nicht. Dr. Ludwig hat das sogenannte Kohlenhydrat-Insulin-Modell entwickelt. Es geht dabei natürlich um viel mehr als nur um einen Makronährstoff und ein Hormon, aber er musste dem Ding einen Namen geben und deswegen heißt das Kohlenhydrat-Insulin-Modell. Seine Überzeugung ist, dass wir schon lange alles falsch herum haben und dass die Aussage, Übergewicht entstehe aus, schließlich durch zu viel Nahrung und zu wenig Bewegung zu kurz gesprungen ist. Seiner Meinung nach ist es, wie gesagt, andersrum. Nicht zu viel Essen macht dick, sondern das Körperfett, das bereits vorhandene Körperfett, sorgt mit vielen Mechanismen dafür, dass wir weiter zu viel essen. Körperfett ist ein selbstständiges Organ, das nicht nur seinen eigenen Stoffwechsel hat, sondern in der Lage ist, den Stoffwechsel anderer Organe oder beziehungsweise des gesamten Körpers zu beeinflussen. Dies lässt sich am Beispiel einer Schwangerschaft verständlich machen. Eine schwangere Frau hat mehr Hunger. Also isst sie mehr? Bedeutet das, dass das Kind jetzt wächst, weil die Frau mehr isst? Oder isst die Frau mehr, weil die Hormone in ihrem Körper dafür sorgen, dass das Kind die Nahrung bekommt, die es zum Wachsen braucht? Da braucht man nicht lange darüber nachzudenken, oder? Und wie sieht es aus mit Teenagern in einer Wachstumsphase? Die fressen einem ja regelrecht die Haare vom Kopf. Man braucht nur die Eltern zu fragen. Ja, sie wachsen. Aber wachsen sie, weil sie so viel essen? Oder essen sie so viel, weil sie wachsen? Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Ab einem bestimmten Alter wächst man nicht mehr logischerweise, egal wie viel man isst, und dann lässt auch der übermäßige Appetit wieder nach. Das Längenwachstum der Teenager führt also dazu, dass sie Hunderte, wenn nicht Tausende von Kalorien, mehr essen als vor oder nach dem Wachstumsschub. Bei Schwangeren und Teenagern in der Wachstumsphase hat man diesen Mechanismus also verstanden. Und warum ist es dann eigentlich so schwer, den gleichen Mechanismus für den Rest der Bevölkerung zugrunde zu legen? Das Organ Körperfett ist darauf programmiert, Kalorien zu speichern und wahrscheinlich für schlechte Zeiten aufzubewahren. Und das ist es, was den übermäßigen Hunger verursacht. Seit 40 Jahren haben Kohlenhydrate, vor allem verarbeitete Kohlenhydrate, Zucker und Stärke unsere Ernährungsweise gehijackt und unseren Appetit und unseren Hunger. Diese Lebensmittel treiben kurzfristig den Insulinspiegel in die Höhe. Fettzellen sind keine Bösewichte, die nur darauf warten, uns einen Streich zu spielen. Sie werden aktiv, wenn sie gesagt bekommen, dass sie aktiv werden sollen. Der Überbringer der Nachricht ist das Insulin. Insulin ist das potenteste anabole Hormon. Anabol bedeutet Aufbau von körpereigenem Gewebe fördernd. Bodybuilder kennen sich aus auf diesem Gebiet. Insulin fördert also das Speichern von Fett in den Fettzellen und verhindert damit, dass gespeichertes Fett für die Energiegewinnung verwendet werden kann. Solange Insulin zirkuliert, bekommt der Körper den Auftrag, überschüssige Kalorien weiter in den Fettzellen zu speichern. Kommt es dann mal zu einer Pause bei der Nahrungsaufnahme, Nahrungsmittelaufnahme, einer Essenspause, dann wird nicht das Körper eigene Fett verbrannt, sondern der Körper signalisiert weiter Hunger und verlangt nach weiteren Kalorien. Also das Insulin sorgt dafür, dass weiter gespeichert wird, egal wie viel schon vorhanden ist. Ein Insulinüberschuss führt immer, immer, immer zu einer Gewichtszunahme. Als Ursache können auch Mutationen in Frage kommen. Es gibt Tumore, die eine Insulinüberproduktion verursachen und auch der Diabetes vom Typ 2. Aber das Gegenteil ist ebenfalls wahr. Für Typ 1 Diabetiker, deren Körper also überhaupt kein Insulin produzieren kann, ist es unmöglich zuzunehmen, egal wie viel Sie essen. Sie können 3.000, 5.000 oder 11.000 Kalorien am Tag reinfahren und Sie werden nicht zunehmen. Wird Ihr Körper nicht von außen mit Insulin versorgt, verhungern Sie trotz ausreichender Nahrungsaufnahme. Bei Gesunden sind es die Kohlenhydrate, die den größten Einfluss auf den Insulinspiegel haben. Eiweiß steht an zweiter Stelle. Das Fett hat so gut wie keine Insulinreaktion zur Folge. Der Typ 1 Diabetiker verhungert also, weil das Insulin fehlt. Der Gesunde leidet an Übergewicht, weil sein Essen den ganzen Tag zu einer Überproduktion an Insulin führt und ein Verbrauch des körpereigenen Fettes dadurch unmöglich gemacht wird. Neben Eiweißfett und Mikronährstoffen macht auch die Darmgesundheit, also das Mikrobiom, einen Unterschied bei der Nährstoff- und Kalorienverwertung. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Weitere Faktoren sind Schlafmangel, Stress, Bewegungsmangel. Das alles kann dazu beitragen, dass man seine Kalorien besser oder nicht so gut verwertet. Sie beeinflussen die Funktion der Fettzellen und legen fest, ob die gegessenen Kalorien eher verbraucht oder gespeichert werden. Also diese Dinge, die ich da eben genannt habe. Nur ein paar wenige, also 20 Kalorien am Tag zum Beispiel, machen über einen Zeitraum von 10 Jahren den Unterschied zwischen einem schlanken und einem fettleibigen Körper. Zur Studie wieder. Die Gruppe 1, es gab drei Gruppen. Gruppe 1 bekam Low Carb Atkins, Gruppe 2 Kohlenhydratanteil 60%. Das ist die Otto-Normalverbraucher-Standardernährung, die wir im Moment haben. Gruppe 3 lag mit 40% und 40% Kohlenhydraten irgendwo dazwischen. Es wurde einen Monat lang der Energieverbrauch im Ruhemodus und in Verbindung mit Aktivität gemessen. Bei der Low Carb Gruppe blieb der Energieverbrauch trotz Gewichtsverlust konstant. Andersherum ausgedrückt, die Teilnehmer nahmen zwar ab, aber der Stoffwechsel wurde nicht heruntergeregelt. Es wurden also genauso viele Kalorien verbraucht wie vorher. Und das ist erfreulich, wenn man abnehmen möchte. Bei einer normalen Diät, die nach dem Schema Kalorienreduktion funktioniert, wird der Stoffwechsel nämlich bei Gewichtsverlust ebenfalls heruntergeregelt. Und im Laufe der Zeit wird das Abnehmen immer schwieriger, weil wenn auch weniger verbraucht wird, dann gleicht sich das wieder aus. Und der Bedarf, Angebot und Nachfrage sozusagen. Wenn Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht sind, nimmt man nicht mehr ab. In der Low Carb Gruppe dieser Studie war das nicht der Fall. Ein gleichbleibend hoher Stoffwechsel ist ein enormer Vorteil, wenn man abnehmen möchte. Und das funktioniert nur mit Low Carb, liebe Leute. In der Gruppe mit dem höchsten Kohlenhydratanteil in der Nahrung reduzierte sich der Verbrauch um bis zu 400 Kalorien pro Tag. Das macht langfristig einen Unterschied von 10, 15, 20, 25 Kilo. Wenn Hunger und weniger Fressgelüste den Unterschied machen zwischen kurzfristigen, weil nicht durchzuhaltenden Diäten und einer langfristigen Ernährungsumstellung, warum ist es dann so schwer zu erkennen, wo die Reise hingeht? Studien, die das Gegenteil behaupten, gibt es natürlich auch. Aber fast alle dieser Studien liefen über einen sehr kurzen Zeitraum von maximal zwei Wochen. Und was dabei systematisch übersehen wird, ist, dass man für eine erfolgreiche Ernährungsumstellung in Richtung Low Carb eine gewisse Anpassungszeit benötigt. Am Anfang, nach der Umstellung, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich lang ist, gibt es nach zwei Wochen keine Kohlenhydrate mehr, die das Gehirn versorgen könnten. Aber der Körper, der noch nicht komplett auf Fettverbrennung umgestellt hat, produziert in dieser Phase noch keine Ketonkörper. Also das ist so ein bisschen Niemandsland, kann man sagen. Es ist gleichgültig, ob man seine Ernährung auf Low Carb umstellt oder komplett fastet. Der Körper braucht bei beiden immer ein paar Wochen, bevor sich der Stoffwechsel auf die Fettverbrennung eingestellt hat und man auf die Kohlenhydrate ohne körperliche Symptome, sag ich mal, verzichten kann. Dr. Ludwigs Studie lief über einen Monat, das ist besser als zwei Wochen auf jeden Fall, aber immer noch zu kurz eigentlich. Trotzdem ermöglichte sie schon einen besseren Einblick als Studien, die eben nur über die Hälfte der Zeit laufen. Direkt nach der Ernährungsumstellung fühlt man sich müde, schlapp, energielos und körperlich und mental nicht auf der Höhe. Das nennt man Keto-Flu, die Keto-Grippe. Da fühlt man sich wirklich krank. Studien, die in dieser Umstellungsphase stattfinden, sind deshalb nur sehr begrenzt aussagekräftig. Als Vergleich könnte man sich eine Studie über Sport mit übergewichtigen Durchschnittsbürgern vorstellen, die normalerweise den ganzen Tag auf ihrem Hintern sitzen und fernsehen. Sie haben vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten nichts gemacht, sich nicht bewegt und sollen auf einmal sechs Stunden am Tag intensiv Sport treiben. Wie man das von dem Biggest Loser kennt. Würde man diese Menschen nach ein paar Tagen untersuchen, käme man unweigerlich zu dem Schluss, dass sie sich überhaupt nicht gut fühlen und auch nicht wissen, was an dieser Aktion gut gewesen sein soll. Sie sind müde, haben Muskelkater und ihre Motivation liegt bei Null. Ein derart intensives Trainingsprogramm setzt die Leistungsfähigkeit eher herab, als dass sie sie verbessert. Diejenigen Studien, die über eine längere Zeit laufen, brachten für die Low-Carb-Ernährung gute bis sehr gute Ergebnisse. Bis die Menschheit erkannt hat, auf was es ankommt, müssen wir uns mit Studien behelfen, die aus einer Person bestehen. N equals one. Das sind die meisten im Moment. Es gibt Tausende, wenn nicht Zehntausende davon, wo einfach eine Person ihre Ernährung umstellt und sich anschaut, was dabei herauskommt. Und die meisten dieser N equals ones sind Erfolgsgeschichten oder werden zu Erfolgsgeschichten. Und deswegen sollte man sich diese Sache vielleicht doch mal zu Gemüte führen. Also Leute, es kommt nicht nur darauf an, wie viel man isst, sondern auch was. Und Low-Carb ist einfach erfolgversprechender als alles andere. Ich habe dazu schon sehr viel gesagt, deswegen gehe ich da jetzt nicht auf weitere Einzelheiten ein. Wer Fragen hat, möge das sagen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag. Ich grüße euch aus der bisschen verschneiten Auvergne. Bei uns ist es kalt, warm. Es taucht, es friert. Wir haben im Moment alles. Macht richtig Spaß. Tolle Rutschpartie. Ja, ich sage euch Tschüss und bis bald. Ja, ich sage euch Tschüss.